Guten Morgen, Ladies and Gentlemen und Willkommen zurück zu F1 2020 zum Qualifying des großen Preises von Monaco. Das wohl prestigereichste Rennen im gesamten Kalender und das wird ein sehr interessantes Rennen. Vor allem allerdings ein sehr interessantes Qualifying. Auf Monaco, wie wir wissen, ist es super schwer zu überholen. Deswegen ist das Qualifying sehr entscheidend und wie wir auch wissen, es wird regnen. Das ganze Qualifying über Anfang stark, Regen am Ende nur noch leichter und ich muss an der Stelle sagen, meine Pace im Trockenen auf Monaco ist grandios. Also ich glaube, im Trockenen in Monaco hätte ich sehr, sehr gute Karten in Qualifying, sogar in Q3 reinzukommen. Im Regen auf der anderen Seite kriege ich gar nichts hin. Das ist einfach so, deswegen bin ich mal gespannt. Wir werden im Qualifying wahrscheinlich nicht allzu weit kommen und werden dann einfach hoffen, dass wir das Ganze im Rennen irgendwie ausbessern können. Da wird es ja trocken sein. Müssen wir vielleicht ein paar riskantere Moves machen, um in die Punkte zu kommen, aber hey, so ist das halt. Die Trainings sahen zumindest positiv aus. In der Entwicklung sind gerade zwei Ero-Teile wieder am Start. Eins natürlich, das kleine Teil, was ja schon mal fehlgeschlagen ist. Und dann noch ein großes Teil, welches ich tatsächlich schnell durchprügeln wollte, weil es ist so, ich glaube, das können wir jetzt hier ganz gut sehen. Wenn ich das mit Standardentwicklung gemacht hätte, wäre das erst nach Kanada angekommen. Deswegen bin ich auf die schnelle Entwicklung gegangen, da sollte es sogar noch vor Baku reinkommen. Hoffen wir mal, das geht durch. 49%ige Fehlschlagsquote, was heißt, wir wollen die Aerodynamikabteilung richtig pushen dieses Mal. Aber ansonsten, ja, mehr können wir aktuell nicht tun. Wir sehen auch, es hat gerade so geklappt. Sieben Punkte haben wir übrig. Wir gehen ins Qualifying rein. Und schauen dann mal, was wir so auf die Reihe kriegen. Wie immer im Regen werde ich natürlich sofort eine Runde setzen. Einfach nur nicht, dass die Bedingungen schlechter werden, auch wenn sie es eigentlich nicht werden sollten. Aber, ja, also wir schauen einfach mal, was stattfinden wird hier. Im Regen erwarte ich jetzt tatsächlich gar nichts. Da kann es auch gut sein, dass ich in Q1 rausfliege, egal wie gut. Meine Pace ist im Zweifel, oder nicht. So, trotzdem, eine Sache, die wir... Es ist tatsächlich Interzeit. Okay. Trotzdem werden wir ganz kurz Sprit überprüfen. Jawohl, passt. Und dann fahren wir raus und hoffen einfach mal, dass das Ganze so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Wenn es halt gerade noch Interzeit ist, dann kann es halt auch gut sein, dass das jetzt wirklich die Q1-Runde eventuell schon wird. Ist durchaus realistisch. Aber ja, wie gesagt, also ich habe keine Ahnung, wie ich jetzt hier im Regen dastehen werde. Kann ich euch nicht sagen. Wir haben auf jeden Fall Lando Norris vor uns. Kiwi ebenfalls schon auf der Strecke hinter uns. Ein Haas. Boah, super rutschig. Ei, 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 warum muss das Qualifying im Regen sein? Ich hätte im Trockenen echt gute Karten. Aber jetzt hier im Regen bin ich mir relativ sicher, würde das nicht. Vor allem der Tunnel im Regen ist halt ekelhaft, weil es hier trocken ist. Und man die Reifen im Tunnel deswegen nicht so ganz abkühlen kann, wie man es vielleicht bräuchte. Aber ja, wir schauen einfach mal, was so machbar ist. Ei, ei, ei. Ich auch meinte, das wären jetzt nicht in der Runde Vollwertbedingungen. Alright. Ja, das wäre jetzt natürlich doof von mir. Ja, dann kann ich die Runde fast schon vergessen. Dann kann ich die Runde vergessen mit dem Quersteher. Ja, wir bringen sie trotzdem mal zu Ende. Komm, warum nicht? Was haben wir zu verlieren? Ah ja. Ja, das ist zu nass für Inters. Das klappt nicht. Auf der Outlip war es okay, aber jetzt funktioniert das nicht mehr. Das ist zu rutschig für die Inters einfach. Keine Chance. Ich bin mir relativ sicher, wenn wir jetzt an die Box fahren. Die Fullwets werden schneller sein, wird er uns anzeigen. Bin ich mir relativ sicher. Weil es ist ja auch de facto noch stark Regen. Demi 1,26,2. Ja, keine Ahnung, ob wir da rangekommen wären. Vielleicht schon, aber... Ich meine, du musst halt bedenken, das ist fast 20 Sekunden hinter dem, was man auf Trockenreifen fährt. 20 Sekunden. Das spricht nicht für Interblägerungen. Vor allem nicht auf so einer kurzen Strecke wie Monaco. Das spricht für Fullwets. Aber gut, wir gucken mal. Vielleicht lege ich auch komplett falsch und habe mir gerade mein Qualifying besaut. Der Ferrari fährt jetzt auf Inters raus. Oh. Ja, aber die Fullwets werden halt immer schneller. Ja, keine Ahnung. Wir müssen jetzt eh erstmal die anderthalb Minuten Reparaturzeit abwarten. Okay, die Fullwets werden doch langsam mal. Die Inters werden schneller. Interessant. Ja, das heißt aber, die wichtigen Zeiten werden wir eh erst am Ende im Qualifying sehen. Das heißt, wir spulen mal weiter, vorher kommen. Ja, wir fahren jetzt am Ende nochmal eine Runde einfach. Dann waren wir halt gerade so aus den Fullwets-Bedingungen draußen. Wir nehmen den gleichen Satz einfach nochmal. Wir müssen die anderen nicht unnötig abfahren. Ja, dann schauen wir mal, ob wir die Runde jetzt hinkriegen oder nicht. Äh, möglich ist es auf jeden Fall. Mal gucken, was wir so erreichen. Ich habe halt auch sehr wenig Erfahrung in Monaco im Regen allgemein. Das Einzige, was ich habe, ist die vergangene MyTeam-Karriere. Und das möchte ich mir wirklich Erfahrung betiteln. Wenn ich ganz ehrlich bin. Hopp, Albon. Ja, das fühlt sich jetzt auch schon deutlich besser an. Wir sind jetzt auf jeden Fall deutlich näher an Inter-Bedingungen dran als davor. Eieiei, hier müssen wir noch langsamer durch. Es ist mir wurscht, ob Science mir hinten drauf fährt. Ich möchte meinen Abstand zu Albon haben, um keine DTR mitzukriegen. Puh. Na, mal schauen, ob wir das jetzt irgendwie aneinander rein können. Hier alles. Das wird sehr strange. Die erste Probe schon mal nicht gut genommen. Ah, jetzt hier noch leicht verbremst. 1,23 von Perez. Ja, jetzt fliegen hier nochmal schnellere Zeiten. Leicht gelupft im Tunnel. Ich wollte das nicht riskieren, da abzufliegen. Ja, wir sind nicht weit hinter Albon. Von der Pace jetzt gerade auf der Runde. Das ist relativ ähnlich. Das ist gut. Das ist sehr gut. Oh, das ist eine super Runde. Uff. Was eine Runde. Erster Sektor verkackt. Aber der Rest war on point. Kimi auch in Q2. Nice. Beide Alphas. Not bad. Wer ist denn dann ausgeschieden? Williams. Quiat ist raus. Nice. Den Punkt haben wir schon mal in der Rivalität. Ocon auch. Und Magnussen. Ei, ei, ei. Da musste ich mich jetzt aber auch konzentrieren auf der Runde. Kimi ist schon drei Runden gefahren. Uh, der hat nicht mal so viele Reifensätze. Eigentlich gar keinen mehr, wenn er immer einen Frischchen genommen hat. Wie sieht es denn aus? 21,9. Wem vergleichen wir uns denn mal? Nehmen wir mal Ricciardo. 21,3. Ja, ist enorm verkackt. Dafür 39,7. 39,4. Ich 21,4. 21,8. Ja, nice. Also dass wir im ersten verloren haben, im zweiten und dritten rausgefahren. Not bad. Not bad. Not bad. Wir stehen in Q2. In Monaco im Regen. Und haben schon mal einige Positionen Vorsprung verquirt. Das ist super. Das ist wirklich, wirklich super. Ja, ich weiß. Ja, ich weiß. Wir fahren erstmal mit dem hier noch eine Runde. Jetzt direkt am Anfang. Und dann am Ende nochmal einen Frischen. Ich glaube, das ist eine gute Strategie. Weil der ist jetzt nicht so mega langsam, dieser Reifensatz. Knapp ein Zehntel Unterschied. Wenn wir jetzt den ersten Sektor noch irgendwie besser hinbekommen, dann können wir tatsächlich in Q3 landen. Und das wäre echt eine Hausnummer, definitiv. Wenn wir das schaffen würden mit dem Alfa Romeo. Vor allem bin ich jetzt gespannt, wie wir zu Kimi stehen. Er ist jetzt seine Runde ein bisschen früher gefahren. Das heißt, da wird ihm ein bisschen Zeit schon mal gefehlt haben. Und die Strecke ist halt schneller geworden gegen Ende. Wetterbericht? Alright. Ja, ich wollte nur wissen, nicht, dass es doch spontan trocken wird. Hätte ja auch sein können, durchaus. Das heißt aber auch, dass ich hier im Tunnel gelupft habe, war nicht unbedingt die schlechteste Entscheidung. Wir können auch versuchen, auf dem Reifensatz jetzt mal zwei Runden zu fahren. Einfach nur, um zu testen, ob sich das lohnt oder nicht. Also quasi, wir fahren jetzt zwei Hotlips auf dem Reifensatz hier. Das probieren wir einfach mal, weil in GPO in Kanada, wo wir auch ein Regenqualifying hatten, hat mir das super viel Zeit gebracht. Achtzehntel knapp. Und das wäre halt schon krass, wenn das hier auch wieder so funktionieren würde. Wir haben jetzt erstmal einen Ferrari vor uns. Der uns hoffentlich keine Probleme macht. Ja, waren gleich mitgenommen, dürfte aber kein Flügel-Schaden sein. Erster Sektor langsamer als der McLaren vor uns. Erster Sektor langsamer Erster Sektor langsamer Erster Sektor langsamer Come on. Der Zweiten darf er schneller als der McLaren. 1,23,4 von ihm. Schlagen wir. Aber jetzt setzen wir direkt eine zweite Runde hinterher. Und schauen einfach mal, ob das irgendwas bringt. Und wenn ja, wie viel. Dann können wir nämlich auch am Ende besser uptime. Ob wir vielleicht nochmal ein bisschen mehr Zeit rauskriegen. Sehr fieser Querstär gehabt. Ja, das bringt richtig Zeit. Oh, gelbe Flagge. Ja, also what the fuck. Achtzehntel hat das gebracht. Holy shit. Das ist krass. Also das ist halt wirklich echt ein Cheatcode im Regen. Einfach zwei Runden zu fahren. Jetzt wird die Outlap zwar, äh, die Inlap zwar ein bisschen ekelhaft, weil wir keinen Sprit mehr haben. Das heißt, da müssen wir vielleicht tatsächlich so ein Kilo mehr mitnehmen oder so. Wenn der realen Formel 1 wird, wollen wir ja nicht einfach auslaufen. Oh, war vorbei. Aber trotzdem ist das echt... Das ist krass. Fahrer hinter mir. Ja, drei Ziele schneller als Vettel. Einfach nur dadurch, dass ich noch eine zweite Runde gefahren bin. Na komm, fahren wir hier einfach drüber. Nach der nächsten Runde ist ja eh irrelevant für uns. Wir haben ja gerade die Frage, ob die Runde, die wir jetzt haben, nicht sogar reichen könnte, eventuell. Aber ich... Da wäre ich mir wirklich nicht sicher. Das wäre vielleicht... Oder sehr wahrscheinlich ein Takt zu copy. Datos Teamkollege. Drei Sekunden fast. Hof. Ei, ei, ei. Also wir werden so ein Kilo mehr mitnehmen oder zwei. Das macht jetzt zeitlich nicht die Welt. Und werden dann halt wirklich zwei Hotlaps fahren. Wenn wir das überhaupt noch müssen hier. Man weiß halt nicht, ob die schnelle Strecke da wird. Genau. Ne, ob die Strecke schneller wird. Oder nicht. Das weiß man halt nicht. Also ich werde am Ende auf jeden Fall nochmal fahren müssen. Ich kann das ja schon in der ersten Runde abschätzen ungefähr. Ob das wird oder nicht. Wir holen jetzt auf jeden Fall nochmal. Das ist halt auch geil. Wir haben das mit einem alten Intersatz gemacht. So, wir nehmen ein Kilo mehr mit. Das muss reichen dann. Und sehen. Erster Sektor voll versemmelt. Da liegt einiges an Zeit sogar noch. Aber der Rest ist halt on point. Alright. Eine Runde geht eine Minute zwanzig. So, das heißt, ich brauche ungefähr vier Minuten mit der Outlab. Wenn ich die Outlab auch durchpassen würde. Was heißt, wir gehen so bei vier Minuten 20 ungefähr raus. Oder vier Minuten 30 würde ich sagen. So ungefähr müsste das laufen. Auch wenn ich nicht glaube, dass sie es brauchen tatsächlich. Ich glaube nicht, dass die Strecke so krass viel schneller wird. Dass die eine Sekunde raus sollen. Aber das werden wir ja merken. Und selbst wenn. Wir haben keinen Nachteil dadurch, dass wir jetzt noch eine Runde fahren. 0,0 haben wir da einen Nachteil. Außer natürlich, ich fange meine Hotlabs jetzt genau dann an, wenn die KI beschließt, da rauszufahren. Aber das passiert ja nicht, hoffe ich. Aber ja, was mir all das hier gerade zeigt auf jeden Fall, ist, dass mein GPO-Sieg in Monaco damals nicht nur durchs Auto kam. Ich bin auf der Strecke nicht so kacke, wie ich mir das immer ausmal, glaube ich. Allgemein waren meine Monaco-Rennen jetzt nicht so tragisch. Außer halt in der ersten MyTeam-Karriere. Das war aber auch mein erstes Regenrennen mit dem Lenkrad. Also das kann man verzeihen, hoffentlich. Und da waren es ja wirklich Full-Wend-Bedingungen. Also, das ist ja nochmal eine andere Liga. Oh, ich habe mich zeitlich verschätzt ein bisschen, by the way. Wobei, ich glaube, dadurch, dass ich jetzt so meine Runde anfahre, dürfte sich das relativ gut ausgehen mit den anderen, die noch eine Zeit setzen werden. Oh, jojojoj. Der hätte ich im vierten raus beschleunigen sollen. Doch, die Strecke ist auf jeden Fall ein gutes Stück schneller nochmal geworden. Das ist super, dass ich jetzt noch eine Runde fahre hier. Scheiße, falscher Gang durch die Herpin. Aber das ist ja eh nur die Runde fürs Alibi, sozusagen. Also, das ist ja nicht die Runde, die am Ende stehen wird. Das ist ja nicht die Runde. Alright. Alleine das ist jetzt schon mal eine ordentliche Runde, glaube ich. Wird für die anderen nicht allzu leicht zu schlagen. Aber jetzt in der zweiten Runde... ...werden die zehnte ja nochmal rollen. So, die Theorie zumindest. Alright, die Praxis sieht ein bisschen anders aus gerade. Vielleicht ziehen wir hier nochmal voll durch. Durch den Tunnel, was durchaus möglich ist, wie wir gerade gesehen haben. Und eine Zehntel finden wir noch. Und das müsste reichen für Q3, oder? Easy, meine Damen und Herren. P2. Ei, ei, ei. Kimi auf P15. 6 zu 1 im Quali-Duell, meine Damen und Herren. Uff. Gerojan, Gasly, Perez, Sainz. Auch ausgeschieden. Lediglich Bottas. Ist vor uns. Und das nicht mal eine halbe Zehnte. Jetzt kommt es auf alles an in Q3. Jetzt kommt es auf alles an in Q3. Und dann gucken wir mal. Vielleicht hört es ja auch auf zu regnen. Es hat aufgehört zu regnen. Jetzt ist aber die Frage, ob die Strecke trocken wird. Wetterbericht. Das heißt, die Runden könnten jetzt sehr wichtig sein. Es kann halt sein, dass wir in die Stage kommen, dass die Inters langsamer werden. Aber die Soft-Reifen, also die Slicks allgemein, nicht wirklich schneller. Das wäre möglich. Durchaus. Tauen wir mal. Das heißt, im Zweifel müssen wir jetzt einfach eine geile Runde setzen. Zur Abwechslung. Alright. Ich muss mich jetzt in meine GPO-Mentalität versetzen. Glitz-Qualifying. Da muss ich jetzt rein. Glitz-Qualifying habe ich noch nie wirklich versaut bisher. Okay. Come on. Erster Sektor geht wieder an den McLaren vor uns. Lando Norris dieses Mal. Lando Norris dieses Mal. Lando Norris dieses Mal. Buoni-Qualifying. Weitert dafür wieder an uns. Aber wir dürfen bessere Zeit haben eigentlich. 1'23-3 gegen eine 1'22-0. Und jetzt direkt noch einen hinterher. Ich glaube, dass ich hier jetzt bessere Zeiten setze in der 2. Ode. Liegt einfach nicht unbedingt daran. Ja, wahrscheinlich schon ein Stück weit daran, dass die Reifen halt auf besserer Temperatur sind. Aber zum Großteil wahrscheinlich. Aber dadurch, dass ich mehr im Flow drin bin. Und die Streckenbedingungen jetzt im Takten besser kenne. Ich glaube tatsächlich, die Strecke wird jetzt sogar ein bisschen langsamer schon für die Inters. Ah, die werden schon relativ warm tatsächlich. All right, bringt auch nichts, die Runde zu Ende zu fahren. Die ist eh langsamer. Schauen wir den Motor lieber. Und dann schauen wir mal, ob es am Ende noch trocken wird oder nicht. Bis dato haben wir auf jeden Fall eine geile Ausgangslage, muss man sagen. Ja, auch allein, dass Bottas und Hamilton hinter Vettel sind und die ihre Zeiten halt später gesetzt haben, zeigt mir, dass die Strecke für die Inters jetzt langsamer wird. Jetzt ist wirklich die ganz große Frage. Werden die Trockenreifen schneller werden, als die Inters gerade waren oder nicht? Wenn oder nicht, dann haben wir die Pole. Wir spielen immer noch auf 107er Schwierigkeit. Ich möchte das nur noch mal feststellen hier. Ja, leichter Flügel schauen, macht nix. Wie stehen die Trockenreifen? Die sind... Ja, die Trockenreifen werden tatsächlich schneller mittlerweile. Okay. Das heißt, die Zeiten, die wir jetzt haben, sind sowieso wurscht. Das heißt, wir werden versuchen, als letzter rauszufahren und dadurch unseren Vorteil ziehen. Und jetzt erstmal die Reparatur vor. Ja, die Inters werden zunehmend langsamer. Alright. Das heißt, wir gucken uns an, wann die anderen rausfahren. Weil wir müssen halt das letzte rausfahren. Okay, jetzt passiert es langsam. Wollen die anderen nicht? Doch, jetzt. Okay. Ja, dann kommt es jetzt auf die Runde an. Wir haben die Pace, um den Wagen weit nach vorne zu stellen. P7 war unser bestes Qualifying bisher. Das können wir schlagen. Das können wir relativ locker schlagen. Ich habe ein bisschen zu viel Sprit dabei jetzt. Aber wir haben den Streckenvorteil auf jeden Fall. Wir haben die trockenste Strecke. Für unsere Runde. Wir müssen halt trotzdem nur gucken, dass wir die Reifen auf Temperatur halten. Und dann bin ich sehr gespannt. Ich hoffe einfach, ich versämme die Runde jetzt nicht. Das wäre sau ärgerlich. Wenn ich jetzt nach so einem guten Qualifying bisher die Runde wegschmeißen würde und dann auf 10 stehen würde. Ich meine, es wäre immer noch okay. Wir hätten immer noch die freie Reifenball unter anderem. Wir wären immer noch weit vor Kimi und Kwiat. Aber es wäre schon super bitter. Wir stellen schon mal auf Max Sprit. Das wird einfach ein bisschen mehr draus knallen schon. Weil ich halt einfach dieses eine Kilo zu viel mitgenommen habe. Aber gut, das wird nicht jetzt die Welt ausmachen. Es ist eigentlich exakt das Szenario, was ich mir gewünscht habe. Qualifying in trockenen Bedingungen. Wir schauen mal, ob es wird. Theoretisch haben wir, wie gesagt, die beste Ausgangslage. Aber man merkt halt auf jeden Fall, dass die Strecke noch nicht nass, äh, noch nicht trocken ist. Es haben alle ihre Runde gesetzt. Schnellster zweiter Sektor. Sehr riskant durch alles, was danach kam, durchgefahren. Aber könnte sich ausgezahlt haben. Dafür jetzt die vorletzte Kurve ein bisschen verkackt. Wir hatten die besten Voraussetzungen. Was machen wir draus? Die erste Startreihe. Ich habe ein Déjà-vu gerade. Ah, let's go, Leute. Let's go. Ei, ei, ei. Schönes Ding. Wir sind alle bereit für das morgige Rennen. Aber bevor es los geht, wir haben einen kurzen Blick auf die vorderen Plätze der Startaufstellung. Verstappen, der Professor, und Sebastian Vettel. Fürs Erste verabschiede ich mich von Ihnen aber richtig groß. Verstappen hat nur die Pole, weil er danach noch mal eine Runde gefahren ist. Man sieht auch, wie unfassbar der Unterschied ist. Also siebenzehntel zu Vettel kommt ausschließlich daher, dass ich meine Runde viel später gefahren bin. Und hier sieht man es halt noch mal krasser. Aber das ist also überhaupt erste Startreihe. Wir haben gute Chancen. Nicht nur auf dem Podium, sondern wir haben gute Chancen, den Monaco Grand Prix kurzzeitig anzuführen. Und das wäre ein dickes, dickes Statement. Aus meiner Perspektive war das noch gar kein Rennen. Ja, die Aerodynamik ist super. Aerodynamik pushen, Leute. 49% Fehlschlagquote. Bei diesen Bedingungen, sind sie ein Vorteil oder ein Nachteil? Ein paar Intermediens, aber ich werde den Regen kaum bemerken. Ja, easy. Klasse, das war dann alles. So holt man im Qualifying durch eine gute Strategie oder durch gutes Timing besser gesagt, eine geile Position. So macht man das. Ich habe null damit gerechnet, dass wir überhaupt in Q3 kommen im Regen. Im Trockenen? Möglich. Im Regen? Hätte ich nicht dran gedacht. Weil ich eben die Erfahrung hatte aus der ersten Karriere, aus der MyTeam Karriere Season 1, dass ich im Regen in Monaco einfach kacke bin. Aber augenscheinlich nicht. Augenscheinlich bin ich halbwegs durchschnittlich auf Monaco im Regen. Ei, ei, ei. Ich finde es halt auch geil, dass wir die Pole gehabt hätten, wenn Verstappen nicht noch eine zweite Runde reingekriegt hätte. Gut gemacht. Das war eine tolle Leistung im Qualifying. Puh, ja. In der Rivalität können wir Quirat jetzt gut überholen. Und in Baku haben wir auch gute Karten. Also vielleicht gewinnen wir die Rivalität doch noch, wenn ich das jetzt gut anstelle. Aber ich würde auf jeden Fall sagen, meine Damen und Herren, das war echt ein Fest gerade. Wir schauen, was wir im Rennen daraus machen können. Wenn es dir gefallen hat, würde ich mich sehr beim Däupen nach oben freuen. Bis zum nächsten Mal. Servus.